Gucken wir erstmal, wie wir da hinkommen. Gestern feiern Tausende Karneval, heute empfiehlt der Chef des Robert-Koch-Instituts solche Events abzusagen. Er feiere bei den Zahlen auch keine kleine Silvesterparty. Tja, was sind das für Zeiten? Dabei hat man gerade gedacht, es fühlt sich alles ein bisschen normaler an. Die besten Freundinnen und Freunde treffen, das ging ja alles ein Stück weit wieder. Der Plan für einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, der steht auch. Aber wir haben es verbockt und schon verdrängt, die Wucht der vierten Welle, jegliches Gefühl von Normalität. Kommt diese Welt noch auf das 1,5-Grad-Ziel oder schaffen wir es wenigstens, unsere Lebens- und Wirtschaftsweise so durchgreifend zu ändern, dass wir die Klimakatastrophe noch verhindern? Genau darum geht es ja bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow. Die sollte eigentlich heute zu Ende gehen, aber wie bei vorangegangenen Klimagipfeln auch. Es wird immer noch hart verhandelt und auf das Abschlusspapier werden wir wohl bis morgen oder sogar noch übermorgen warten müssen. Ja, einiges ist aber schon rausgedrungen. Abschwächungen und Hintertürchen beim Kohleausstieg zum Beispiel. Nicht nur Klimaaktivisten sehen das große Ziel in Gefahr. Ja, live ist ein großes Wort. Wir haben das kurz vor der Sendung aus Termingründen aufgezeichnet. Und jetzt geht es darum, betrunken Autofahren geht sowieso nicht, weiß jeder. Aber was viele nicht wissen, Alkohol und E-Scooter geht genauso wenig, da gelten die gleichen Promillegrenzen. Also mit Promille aus dem Club schnell mal nach Hause mit einem dieser überall rumstehenden Roller, da ist im Zweifel auch der Lappen weg. Und das ganz offensichtlich zu Recht, denn Rechtsmediziner aus Düsseldorf und München haben jetzt mal untersucht, wie selbst die angeblich harmlosen ein, zwei Bierchen die Fahrtüchtigkeit auf solchen Rollern beeinflussen. Und das Ergebnis ist ernüchternd. Ist eine absolute Eskalation, die, so sagen Expertinnen und Experten, verhindert werden könnte. Dafür müsste die Europäische Union sich aber nicht über ein paar Tausend Menschen an der Grenze streiten. Stattdessen aber spitzt sich die Lage heute zu. Polen hat seine Truppen zusammengezogen, woraufhin Belarus zusammen mit Russland nun militärische Übungen an der Grenze zu Polen abhalten will. Dort im Grenzgebiet harren ja rund 2000 Geflüchtete aus unter schwierigen eiskalten Bedingungen. Und mittlerweile sollen mindestens zehn Menschen gestorben sein. Genaue Angaben dazu gibt es auch nicht, weil keine Medien dorthin dürfen. Viele von den Menschen dort hoffen, über Belarus, über Polen nach Deutschland zu kommen. Mehr Nachrichten.